Hier mal im Übrigen, der liebe Marius hat wieder seine 5 Minuten. Gucken wir mal, dass er hier so alles Schönes geschrieben hat, dass ich auch geantwortet habe. Gucken wir mal, dass ich ihm angeblich alles gewünscht habe. Gucken wir uns mal an. Gucken wir mal an. Also ganz ehrlich, ich habe ihn auch wieder geblockt. Mit Marius muss man mir persönlich nie wieder ankommen. Der wird für immer geblockt bleiben. Das kann ich euch allen sagen. Wenn mir noch irgendjemand mal sagt, kannst du den bitte entblocken, der soll in die Party kommen. Ob das in 6 Monaten ist oder in einem Jahr, ist mir scheißegal. Der ist einfach der letzte Hurensohn. Ich wünsche seiner Familie zu 100% nicht den Tod. Aber ganz ehrlich, wenn der Typ unbedingt stressen will, dann soll er halt vorbeikommen und nicht so tun. Dieser dumme Hurensohn, dieser scheißdreckige Bastardstrich in der Landschaft. Marius, wenn du das hier irgendwie siehst, du bist einfach ein dummer Hurensohn. Und das soll keine Beleidigung von deiner Mutter sein. Aber mir fällt gerade in der Wut, wortwörtlich in der Wut, kein anderes Wort dafür ein. Außer, dass du ein räudiger Hund bist, an der Leiden gammelst und 50 Cent Stücke aufsammelst, damit du beim schönen Kaufland Milchbrötchen kaufen kannst, du Hurensohn.